Lanz wird rückfällig gegen Wagenknecht. Wir hatten ja selbst vor einiger Zeit auf die Lanz-Sendung gegen die AfD und gegen Sarah Wagenknecht reagiert und man auf wirklich abstruseste Weise Wagenknecht versucht hat, in die Nähe von Rechtsextremen zu rücken. Nun hat Dieter Dehm bei den Nachdenkseiten einen Artikel zu dieser Lanz-Sendung geschrieben und ja, wir schauen mal, was er zu sagen hat. Lanz wird rückfällig gegen Wagenknecht. Ein Beitrag von Dieter Dehm. Im Januar 2014 hatte Lanz schon einmal seinen Verhörstil gegen Sarah Wagenknecht versucht, sie maltretiert und nicht zu Wort kommen lassen. Das hatte ihm Hunderttausende von Protestmails eingebracht. In der Nachfolgesendung entschuldigte er sich und verfuhr bei künftigen Einladungen gnädiger mit der TV-Quotenbringerin Wagenknecht. Gestern ist Lanz wieder rückfällig geworden. Ja, wie man gnädiger definieren mag. Also es war natürlich immer eine Vier-gegen-eins-Diskussion oder Drei-gegen-eins in dem Fall. Also man holt sich zwei Journalisten ablehnen und ist dann selbst auch noch total kritisch gegenüber ihren Positionen. Also Korrektiv, viele wissen es nicht. Das wird von großen Konzernen und der Bundesregierung finanziert. Das ist also Staatspropaganda oder Kapitalpropaganda, bezeichnet es, wie ihr wollt. Die Welt, also Robin Alexander, das ist Springer, die hassen Wagenknecht auch abgrundtief. Das ist ein neoliberales, transatlantisches Blatt, was für weitere Aufrüstung, für weitere Kriege hetzt. Und Markus Lanz, ja, zu dem braucht man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Also dieses Drei-gegen-eins-Schema alleine, das benachteiligt ja Politiker wie Wagenknecht oder auch AfD-Politiker, die in solche Sendungen eingeladen werden, sowieso immer. An diesem Mittwoch beschuldigte er sie, Kontakte zu Rechtsextremen zu unterhalten. Gemeint war der rechte Netzwerker Gernot Möhrig. In der Sendung saß auch der erstaunlich gut gebriefte Markus Benzmann von Korrektiv. Dieser verhörte Sarah Wagenknecht gemeinsam mit Lanz. Sie solle doch endlich zugeben, vor zehn Jahren an einem Treffen mit dem linken Kabarettisten Volker Pispas teilgenommen zu haben, das aber mit und durch den rechten Gernot Möhrig zustande gekommen wäre. Und dieser Möhrig sei nun... Volker Pispas, großes Verbrechen, ist ja also, dass er seinen Zahnarzt, das war dieser Möhrig nämlich, nicht nach seiner politischen Gesinnung gefragt hat. Also alleine hier merkt man, wie Feuer das ist. Auch als Drahtzieher des rechten Stelldichs 1 in der Potsdamer Villa Adlon aufgeflogen. Dort war für Remigration geworben worden, was jetzt in einigen Medien sogar mit der Wannsee-Konferenz gleichgesetzt wird. So also wurde medial ein Kontext angelegt, der von Wagenknecht über Potsdam bis Wannsee reicht. Remigration sei ja gleich Massendeportation. Und außerdem würde Frau Wagenknecht ja irgendwie so ähnlich über Migration reden. Eine groteske? Leider nein. Denn diese Attacke hat eine Vorgeschichte. Am Samstagabend bereits hatte mich der Antikriegspublizist Patrick Barb gebeten, Sarah Wagenknecht umgehend telefonisch zu warnen. Er habe recherchiert, auf sie sei demnächst eine mediale Attacke geplant, nämlich aus dem Adlon-Skandal der Rechten über die Person Gernot Möhrig einen sogenannten Wagenknecht-Skandal zu inszenieren. Oh. Also Patrick Barb, den ich kennt, der hat vorher beim NDR gearbeitet. Also da hat er seine Kontakte zu den Öffentlich-Rechtlichen anscheinend genutzt. Das ist interessant. Mit der gestrigen Lanz-Sendung hat sich Patrick Barb's Alarm jetzt bestätigt. Barb's Recherche lief während der Theaterproben beim Berliner Ensemble, einem dramaturgischen Nachbau des Potsdamer Rechten Treffs im Adlon unter Mithilfe von Korrektiv. Lanz dürfte also Wagenknecht kaum spontan und ohne Plan gemeinsam mit dem Korrektiv-Redakteur in die Sendung eingeladen haben. In seiner Inszenierung gegen Wagenknecht ging es auch darum, wieder einmal Kontaktschuld aufzurufen. Hier hatte eine linke Politikerin mit einem linken Künstler und einem Rechten an einem Tisch gesessen, vor zehn Jahren, wofür sie sich gefälligst verantworten muss, um nicht mit Rechten in einen Topf zu geraten. Wenn nun seit zwei Tagen Spruchblasen-Facharbeiter den Treff in der Potsdamer Villa Adlon auch noch mit der Wannsee-Konferenz gleichsetzen, so ist das besonders abgebrüht. Zur historischen Erinnerung. Mit Wannsee war 1942, basierend auf juristischen Vorarbeiten vom späteren Adenauer-Kanzleramtschef Hans Klopp, Ja, ich glaube, da braucht man jetzt nicht darüber diskutieren. Das sind unfassbare NS-Verharmlosungen, die da gerade passieren. Die Judenverfolgung zum logistischen Regierungsziel des faschistischen Massenmords erhoben worden. Was hingegen vor zwei Monaten im Adlon geschwurbelt worden sein soll, hat mit der Wannsee-Konferenz weniger zu tun als mit jenem Gesetz, das gerade, schlimm genug, vom britischen Regierungschef Sannik als Remigration durchs Unterhaus gedrückt worden ist. Adlon mit Wannsee gleichzusetzen, markiert als monströse Verharmlosung der Shoah einen weiteren Niedergang von Journalismus. So wie Kontaktschuld nichts mit Aufklärung zu tun hat. Mit dieser sogenannten Kontaktsperre sollen nun nicht nur Sarah Wagenknecht sämtliche Begegnungen der letzten zehn Jahre vorrechenbar, sondern widerspenstige à la couleur eingeschüchtert werden. Merke, wenn du auf einer Friedensgrundgebung neben jemandem zu stehen kommst, den du nicht vorher gegoogelt hast, darfst du demnächst am Pranger stehen. Besser also, man geht erst gar nicht vor die Tür. Im Juni 2021 hielt Alexander Gauland eine beachtliche Rede zum Molotow-Rippentrop nicht angriffspakt. Danach sprach ich kurz mit ihm. Ich kannte ihn seit 40 Jahren, weil er für seinen CDU-Oberbürgerbeister Wallmann viele linke Kulturprojekte von SPD-Dezernent Hilma Hoffmann und mir gegen die CDU-Mehrheit ermöglicht hatte. Dieses kurze Gespräch auf der Treppe vor dem Plenum war von einem Fraktionsmitarbeiter der Linken beobachtet worden. Es wurde kurz darauf in der Fraktion skandalisiert. Das zeigt ja schon, wie totalitär einige Leute aus der Linkspartei denken, dass man nicht mal mehr mit einem AfDler reden darf. Und einer schreibt es gerade im Chat, ja, natürlich dient das der Dämonisierung. Aber auf der anderen Seite automatisch, wenn du das dann zusammenführst, verharmloste damit auch solche geschichtlichen Ereignisse. Amtierender Juso-Vorsitzender in Frankfurt am Main einmal abgesetzt und ausgeschlossen werden, weil zuvor die Frankfurter Rundschau gemeldet hatte, ich hätte mich mit einem DKP-Vertreter getroffen. Es war um eine gemeinsame Solidaritätsaktion für Angela Davis gegangen. Kontaktsperre wird zum immer härteren Hexenhammer für Entmündigung. Ja, definitiv. Guter Artikel von Dieter Dehm. Er ist gar nicht mehr auf die Volksbank Thürna eingegangen. Da könnte man wahrscheinlich noch einen zweiten Artikel zuschreiben. In den Fragen haben nämlich, also das wurde Wagenknecht ja auch vorgeworfen, Rebel-Propagandisten und Extremisten ihre Konten. Also in Deutschland völlig legal operierende Parteien wie die MLPD muss man jetzt nicht gut finden, das sind Leninisten, aber die sind halt in Deutschland legal. Und Leute wie Kehwan Sufi Siavash, also einfach unabhängige Journalisten, die nicht so eine Propaganda verbreiten wie unsere Öffentlich-Rechtlichen ihr Konto. Und ja, auch der Ortsverband der Grünen hat sein Konto bei der Volksbank Thürna. Also den Grünen würde man natürlich aber niemals mit Kontaktschuld kommen, denn das sind die Guten, die dürfen das. Ja, wie gesagt, ich dachte, darauf geht da jetzt auch noch ein, aber so habe ich es jetzt noch dazu gesagt. Das ist ja noch dämlicher gewesen als dieser, oder genauso dämlich ist. Also es war beides wirklich Endlevel-Propaganda, wo man gesehen hat, dass sie nichts haben, um die Wagenknecht-Partei zu diskreditieren. Ja, okay.